Nick Aloysius Adams war ein US-amerikanischer Filmschauspieler, der bei der Oscar-Verleihung 1964 für den Oscar als bester Nebendarsteller in dem Film Rufmord von Boris Saugall nominiert wurde. Leben Der Sohn eines aus der Ukraine stammenden Bergmanns wuchs zunächst in seiner Geburtstadt auf, ehe die Familie nach einem tödlichen Bergwerksunfall eines Onkels nach Jersey City in New Jersey verzog, wo er schließlich in Garfield aufwuchs. Zur Zeit des Besuchs der Highschool wurde ihm eine Position als Spieler bei den Sankt. Nach dem Besuch des Sankt Peters College trat er von 1952 bis 1955 der US-Ghost-Guard bei, um dadurch einem Einsatz im Koreakrieg zu entgehen. Sein Bühendebüt gab er in einer Inszenierung von Die Abenteuer des Tom Sawyer in New York City, in der er die Rolle des wegen Mordes unschuldig angeklagten Landstreichers Muff Potter spielte. Danach arbeitete er zunächst als Kartenabreißer im Warners Theater in Beverly Hills, ehe er kurz darauf sein Debüt als Filmschauspieler in Cairn Body Loves Me von Irving Brecher gab und danach Unterricht an der American Kenpo Karate Schule von Ed Parker nahm, wo er auf Elvis Presley und andere aufstrebende Künstler traf. Nach einigen weiteren Rollen spielte er 1955 die Nebenrolle des Chicken, denn sie wissen nicht, was sie tun von Nicholas Ray und freundete sich dabei mit Hauptdarsteller James Dean an. Nach dessen Unfalltod am 30. September 1955 erlitt er einen Zusammenbruch, begann anschließend sich rücksichtslos zu verhalten und wurde innerhalb eines Jahres wegen neuen Geschwindigkeitsübertretungen verhaftet. Nach seiner Entlassung auf Bewährung bemühte er sich zwar um neue Rollenangebote, wurde aber von den größeren Filmproduktionsgesellschaften ignoriert. In den folgenden Jahren hatte er überwiegende Auftritte in Fernsehserien sowie in vereinzelten Filmen und wurde insbesondere durch die Rolle des Johnny Humor in der Fernsehserie The Rebel bekannt, ehe er 1963 in Rufmord von Boris Saugall die Rolle des Ben Braun spielte. Für diese wurde er für den Oscar in der Kategorie bester Nebendarsteller nominiert, unterlag aber bei der Oscarverleihung 1964 Melvin Douglas für dessen Auftritt in der wildeste unter 1000. Nach dieser Niederlage erlitt er einen weiteren Zusammenbruch und spielte in der Folgezeit wiederum überwiegend in Fernsehserien sowie einigen Film. Zu seinen weiteren bekanntesten Filmen gehören keine Zeit für Heldentum von John Ford, Mervyn Leroy und Joshua Logan, Bettgeflüster von Michael Gordon sowie Befehl aus dem Dunkel von Ishiro Honda. 1965 erhielt er einen Bronze-Rängler der Western-Heritage-Showarts zusammen mit Bruce Geller, Bernard L. Kowalski, Laine E. Siegel, John Drew Barrymore und Eric Fleming für seinen Auftritt in der Folge Corporal Dasowitsch der Fernsehserie 1000 Meilen Staub. Am 7. Februar 1968 verstarb er im Schlafzimmer seines Hauses an einer Überdosis, wobei die genauen Todesumstände unklar sind und sein bester Freund, der Schauspieler Robert Conrad, von einem Unfall ausgeht. Adams war vom 11. Mai 1959 bis zu seinem Tode mit der Schauspielerin Carol Nukent verheiratet und hatte mit dieser zwei gemeinsame Kinder, die Schauspielerin Alison Adams sowie den Schauspieler J.T. Bay Stewart Adams. Seine Schwägerin war die Schauspielerin Judy Nukent. Zitate I dreamy die my life of being a movie star. Movies were my life. You had to have an escape when you were raised in a basement. Esawe I let James Cagney, Humphrey Bogart and John Garfield Pictures. Odds Against the World. That was my meat. Filmografie 1955 Keine Zeit für Heldentum 1955 Denn sie wissen nicht was sie tun. 1955 Aus dem Leben einer Ärztin 1958 Reporter der Liebe 1959 Bettgeflüster 1963 Rufmord 1963 Männer hart wie Eisen 1965 Befehl aus dem Dunkel 1965 Frankenstein Der Schrecken mit dem Affengesicht 1965 Das Grauen von Schloss Wittli 19 22 23 22 23 24